Philipp Mickenbecker bleibt auch nach seinem Tod unvergessen. Inzwischen ist es ein Jahr her, dass diese schreckliche Nachricht die Fans erschüttert. Der YouTuber stirbt am 9. Juni 2021 im Alter von gerade einmal 23 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung. Obwohl er den Lymphdrüsenkrebs schon zweimal besiegt, kehrt die Krankheit im Oktober 2020 zurück. Die Ärzte geben dem Webster nur noch wenige Wochen zu leben. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das jetzt wirklich auf YouTube sagen soll und ob ich das mit euch teilen soll. Aber der Arzt hat mir einfach gesagt, dass es sehr, sehr schlecht aussieht und dass der Tumor schon im Endstadium ist. Und dass er mir tatsächlich nur noch zwei Wochen bis zwei Monate zu leben gibt. Eine weitere Chemotherapie lehnt er ab. Anfangs hat Philipp zwar noch die Hoffnung, den Krebs wieder zu besiegen, doch es geht ihm immer schlechter. Anfang Juni bringt der Notarzt den Bickenbacher ins Krankenhaus, denn er hat starke Blutungen. In der Klinik nimmt Philipp auf seinem YouTube-Kanal The Real Life Guys noch eine letzte Botschaft für seine Fans auf. Hey Leute, also es kann sein, dass es jetzt auch mein letztes Video ist. Ich weiß es nicht genau. Aber ich wollte euch einfach nochmal allem sagen, dass ich echt so meinen Frieden habe mit der ganzen Situation und wie das jetzt alles gekommen ist. Und das so weiß ich, dass Gott das alles in der Hand hat. Am 9. Juni 2021 macht sein Zwillingsbruder Johannes die schreckliche Nachricht publik, dass der Influencer den Kampf gegen den Krebs endgültig verliert. Wir haben gehofft, wir müssen das Video nie machen, aber Philipp hat jetzt im Krankenhaus nochmal eine starke Blutung bekommen und ist dann gestern von uns gegangen. Nach seinem Tod ist die Anteilnahme riesig und zahlreiche Supporter zollen Philipp im Netz Tribut. Rund 500 Menschen sind dabei, als am 17. Juni die große Trauerfeier stattfindet und er beerdigt wird. Auch nach seinem Tod sorgen seine Freunde und Follower immer wieder dafür, dass der Hesse nicht in Vergessenheit gerät. Johannes teilt nach seinem Ableben einen emotionalen Rückblick. Und seine Kumpels von der Band Obros veröffentlichen zu Ehren von Philipp einen christlichen Popsong namens Real Life. Sein Leben soll sogar verfilmt werden. Mittlerweile ist der Tod des Netstars ein Jahr her. Doch wie geht es seinem Bruder jetzt? Wenige Wochen nach Philipps Ableben heiratet der 24-Jährige seine Verlobte Lara. Ein paar Monate später gesteht Johannes, dass sein Bruder ihm nach wie vor sehr fehlt. Nach dem Tod von meinem Zwillingsbruder Philipp gab es nicht nur schöne Momente in meinem Leben. Er war wie ein Teil von mir, mit niemandem habe ich so viel geteilt und erlebt wie mit ihm. Er lädt weiterhin regelmäßig YouTube-Videos auf dem gemeinsamen Kanal hoch. Im Netz erinnert Johannes dabei immer wieder an seinen Twin. Kurz nach seinem Todestag soll nun auch ein Gedenkgottesdienst stattfinden. Auch die Fans des Verstorbenen sind herzlich eingeladen. Und zwar ist jetzt am 9. Juni der Todestag von meinem Bruder Philipp. Und wir haben uns überlegt, dass wir den Tag privat mit unseren Freunden und Familie verbringen wollen. Aber wir wollen am darauffolgenden Wochenende, am 11., einen Gedenkgottesdienst veranstalten, wo wir euch auch dazu einladen wollen. Fest steht, auch ein Jahr nach seinem Tod nimmt die Trauer um Philipp nicht ab.